Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Mania Turbo in der Solo-Kampagne und zwar in nichts geringerem als der Black Series. Gestern haben wir den Auftakt gewagt, eine Stage haben wir schon geschafft und ich ahne böse ist, dass wir, wenn wir überhaupt eine Stage schaffen, dass wir echt immer eine Folge dafür fast opfern müssen. Das heißt, würden wir es bis Folge 200 in dem Rhythmus beibehalten? Sind es schon noch ein paar Folgen, die wir vor uns haben? Noch ganze 49 Folgen, wenn man es genau nimmt. Ne, 39 Folgen halt. 39 Folgen hätten wir dann noch. Werden wir an dem Rhythmus bleiben und vorausgesetzt, ich schaffe es überhaupt bis Stage 200, denn das Let's Play kann jederzeit zu Ende sein, wenn ich sage, ich schaffe es nicht mehr. Es geht nicht, Leute. Ich kriege die Stage nicht hin. Noch sind wir nicht so weit, denn erst muss ich mal noch Stage 162 mal anstarten und dann gucken wir mal, was wir hinkriegen. Ich sehe schon ein sehr, sehr böses, oh Gott. Ich lasse mich nicht mehr von den Bildern beeinflussen. Wir gucken es uns einfach mal an. Ja, ähm, ja. Okay. Es wird wieder ernst. Okay. Ja, so über den Steg, natürlich. Warum auch nicht? Bis jetzt ist es noch human. So, jetzt. Nach links oder rechts heißt es hier. Ah, okay. Das war ein bisschen zu früh. Nach links oder rechts. In den Horizont. Äh, in den Himmel meine ich. Zum Horizont. Okay. Ich glaube, ich bleibe mal in der Mitte und gehe dann noch nicht so schnell. So, ich werde das Ding hier fahren. Das finde ich auch lustig. Geht ja. Am Anfang geht es ja noch. Da haben wir nicht so viel Tempo drauf. Aber, äh, später könnte das schon, äh, interessant werden. Weil hier steht, da, man soll, man soll weg vom, ah, deswegen soll man von der Mitte weg. Okay, das heißt nicht, ich soll in eine andere Richtung einschlagen, sondern ich soll nur weg von der Mitte. Ja. Avoid the sender, ja. Eigentlich möchten sie mir ja nur helfen hier, aber, ja, manchmal hört man da halt nicht so richtig hin. Ja gut, dann fahre ich das jetzt einfach schon so ein bisschen seitlich an. Sollte das ja kein Problem sein hier. Jetzt müssen wir aber wieder in den Center. Huiiii. Bis jetzt gefällt mir die Stage. Wo geht's lang? Hier lang. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh. Ich darf das nochmal kurz neun. Ich will das einfach nochmal fahren und wissen, wie das geht. Ich gehe mal lieber in die Sicht. Ich komme einmal mit der Sicht besser, klar. Das zu fahren. Oh, jetzt fehlt mir langsam, glaube ich, der Schwung. Alter, das ist ja richtig schwierig. Okay, aber bis jetzt muss ich sagen, ein geiles Stage. Also, hat echt so ein paar Wow-Effekte mit drin. Dem es hier eher so gemütlich anfängt. Nein, okay. Das Ding in der Mitte ist doch ein bisschen breiter als gedacht. Dam-dam-dam-dam. Boah. War ja klar, dass ich irgendwann diese, 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 diese Brücke da nicht schaffe. Diese provisorische. So. Bleiben wir ein bisschen weiter da auf die Seite. Sollte das ja auch kein Problem sein. Hui. Ich glaube, es ist halt wichtig, diesen Schwung hier von hier oben halt mitzunehmen. Äh, da runter. Okay, das ist, geht, geht schief. Ja, das geht schief. Ne, es ist wichtig, den Schwung da mitzunehmen von oben. Sonst schaffen wir eben diesen Ding nicht. Aber ich werde halt die Sicht auf jeden Fall wieder ändern. In dieser Kurve, weil da echt so meine Probleme haben, die zu Wall-Rides, äh, in der normalen Sicht zu fahren. So. Bin da gespannt, wie es danach weitergeht. Ich denke mal, dass die Stage noch lange nicht fertig ist. Jetzt hier gerade. Passt das? So, jetzt gehe ich schon mal in die Sicht hier. Nein, nein, ja. Okay. Und da ist schon das Finish, wenn ich das durchziehe. Gut. Das war dann gar nicht so schwer. Huh. Zweite Goldmedaille in der Black Seas. Check. Und wir kommen zu der nächsten Stage. Wir schaffen mal mehr als noch eine Stage. Vielleicht. Man weiß nicht. Man muss da immer ein großes Vielleicht dazu setzen. Wir gehen aber immer zum nächsten. Puh. Aber geiles Stage. War eine schnelle Stage. Und, äh, ja, war cool. So, jetzt waren wir hier wieder... Jetzt ist es wieder ein bisschen enger. Das bringt hier ein bisschen mehr zum... Wo müssen wir denn hin hier? Ich glaube, da hätte ich jetzt nicht driften müssen. Hab's gemacht. Schikane steht da. Oh, ja, da ist ein so kleiner Fels. Habt ihr den gesehen? Ein so Mini-Fels und alles vorbei. Das ist ja fies. So, okay, hier brauche ich jetzt nicht driften. Deswegen lasse ich das jetzt auch vielleicht hier mal lieber. Oh, ja. Aber die Kurve darf ich dann trotzdem noch fahren. Auch wenn ich nicht drifte. Jetzt hat er automatisch den Drift eingeleitet. Das war nicht mein Ziel. So, jetzt drifte ich es dann doch mal ein bisschen. So. Und da kommt jetzt ein ganz schön fieser Looping, so wie ich das sehe. Boah, das ist ja mega eng. Oh Gott, ey. Ich hab eh schon so Probleme mit den Looping. Und der ist ja mega eng. Oh Gott. Ja, ich weiß schon. Das klingt wieder so doppeldeutig. So mega eng. Oh Gott. Was ihr wieder denkt, ihr Schmutzwinkel. Ich war überhaupt nicht das, was ich es gedacht habe. Jetzt muss ich lachen. Ja, ist gut. Geh doch. Oh Mann. Ich hasse Looping. Die sind echt scheiße in dem Dragmania. In dem Dragmania machen die echt keinen Spaß. Durch diese Pseudo-Schwerkraft, die da wirkt. Vor allem, wenn der noch so wirklich so schmal ist. Schmal. Weiß ich, sollte ich den von außen anfangen? Nee, ist auch Quatsch. Ich muss den von innen so anfahren, oder? Nee. Das geht ja auch schief. Super. Ja, jetzt fliege ich runter. Ach Gott. Boah, ich ahne schon Böses, dass wir hier echt noch viel mehr von diesen fucking Dinger haben. Na ja, na ja. Dann muss ich doch von außen anfahren, oder wie? Ich geh mal vom Gas, dass ich hier... Ich krieg die Kurve nicht... Also ich lenke ein, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich krieg das Auto da gar nicht in die Richtung bewegt. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Oh, das war scheiße. Oh Gott, ey. Das ist ja der Anfang der Stage. Da fand ich die gerade eben besser. Fahren. Go, 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 go. Krieg die Kurve nicht hin, ne? Ja, jetzt drehe ich mich da ja so... Hey, keine Ahnung, wie soll ich das anfahren? Bin ich zu schnell da drin oder so, dass ich wirklich anbremsen muss? Aber das kann nicht sein, da fehlt ja der komplette Schwung für den Looping. Ich geh mal vom Gas vorher. Aber ich glaub trotzdem auch nicht, dass ich's hinkrieg. Ich krieg ja den Einlenk-Ding krieg ich nicht hin hier. Ich krieg das nicht hin. Was mach ich da falsch? Ich krieg's echt nicht hin. Ich bremse jetzt mal an. Das klingt zwar total komisch, aber ich bremse jetzt tatsächlich mal den Looping an. Weil andersher kann ich mir das jetzt nicht erklären, wie ich... Ja... Das ist so beschissen bei diesen Canyon-Autos. Wenn die einmal im Schlingern sind, dann kriegt man die nicht mehr gerade. Dann sind die so... Und manchmal haben sie dann auf einmal wieder Kripp. Und das passiert dann aber so schlagartig, dass man da auch mit nicht rechnet. So, ich bremse jetzt den Looping an. Das kann nur schief gehen, aber ich probier's. Zumindest hab ich mal den Einlenk-Punkt irgendwie hingekriegt. Aber dann schlag ich natürlich, weil dann ein Drift kommt... Einen. Nochmal. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Oder muss ich den Looping driften? Kann aber auch nicht sein. Nee, dann trifft er da zu stark und dann pflege ich rum. Ey, das ist unmöglich. Ich kann das nicht. Was soll ich denn da machen? Das ist doch shitty. Es gibt ja schon diese schmalen Loopings im Spiel, ja. Aber das ist ja gerade mal nochmal die Hälfte davon. Du kannst das machen. Du kannst das machen. Ich krieg die Kurve nicht. Was muss ich denn da machen? Ich seh's schon kommen. Und vor allem das Schlimme ist, danach geht's ja weiter. Ja, das heißt, ich muss das noch 150 Mal machen. Ich glaub, die Stage schaff ich nicht. Sind wir da schon etwa am Ende des Let's Plays angekommen? Ich krieg's halt echt nicht hin, Leute. Das ist das Problem. Ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Ich hab keine Ahnung, wie ich's hinkriegen soll. Ich denke mal, oder was ich jetzt hier gerade eben probiert habe, war ein bisschen früher schon zu lenken. Also eigentlich in dem Punkt, wo es noch gerade ist. Einfach, dass man ganz anders... Das Problem ist, sobald ich in der Steilkurve bin, drückt so viel Kraft auf das Auto, dass ich nicht mehr lenken kann. Das heißt, ich muss, was ich hier schon lenken, aber... Ich probier's, aber es ist... Ja, wir fahren die Stages millionenfach. Starten wir die. War da gar keinen Platz zum Manövrieren, oder? Na ja, immerhin können wir die Schikane jetzt dann langsam blind. Das ist auch schon mal was. Nein! Ich eck da die ganze Zeit an, das gibt's doch nicht. Ja, und jetzt eck ich hier an, und jetzt eck ich da an. Na, wir haben's immerhin mal da durch geschafft. Gucken wir uns mal den Rest an. Boah, ja, das ist ja... Boah, das ist so schlimm. Also das ist echt... Ja, und da ist dann das Ziel. Immerhin haben wir Silber geschafft. Also wir haben schon mal Silber. Aber ich probier das jetzt nochmal. Ich will diesen scheiß Looping schaffen, weil der macht ja alles kaputt. Sonst ist die Stage ja eigentlich sogar super easy. Aber der Looping ist ja echt nicht scheiße. Looping ist ja echt der größte Müll. Ja, beruhig dich. Ja, ja, ja. Mann. Träum mich nicht! Ja! 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 Es ist so scheiße schmal. Man hat da keinen Platz zu manövrieren oder das Fahrzeug im Vorfeld schon da quasi in diesen Looping rein zu lenken. Und das ist das Problem. Ich muss da den genauen Einlenkpunkt erwischen. Dann... Ah, das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt einfach gucken, ab welcher Stelle ich einlenke. Und dann muss ich halt auch gucken, wie stark ich einlenke. Also man darf nicht voll einlenken dann. So ist das auch scheiße. Und dann... Das ist möglich. Nein, sobald man da einmal aneckt, ist es vorbei. Das ist... Ah, das ist so schwierig. Das glaubt man nicht. Das glaubt man nicht. Ich denke, jeder will so nur in Looping. So einfach ist es leider nicht. Ist ja nur in Looping, ne? Ein kleiner Looping. Alter, stellt euch mal vor, davon haben wir dann zwei hintereinander oder so. Das ist echt... Ende Gelände. Ich frage mich halt, wie feinfühlig ich das da anfahren soll. Nein. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Okay, einmal angeeckt, aber nicht so stark. Könnte sogar reichen. Nein. Angeeckt. Problemmäßig muss ich noch vor Gold bleiben. Ja. Genau da haben wir das Problem. Da ist die Goldmedaille. Nein. Oh, jetzt haben wir einmal den Looping mal echt ganz gut bekommen und dann verkacke ich es danach. Natürlich. Natürlich verkacke ich es danach. So. Wir werden noch zum Looping-Profi vielleicht irgendwann. Das ist so eine Phase, wenn man... Man berührt die eine Ecke ganz leicht und schon kriegt man die an. Dann kommt man auf die andere Seite. Das ist wie Ping-Pong, ey. Jo. Oh Gott. Komm, 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 komm. So, mit ein bisschen Rutschen haben wir es durch geschafft. Nein, 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 komm, 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 da runter. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Ja, ich dachte gerade, wir haben Silber wieder. Nein, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Boah, aber der Looping, also ohne Scheiß, da braucht man so viel Feingefühl, so viel Feingefühl und man muss den genauen Einlenkpunkt vorher schon erwischen, weil sobald man schon auf die Schräge fährt, drückt ja quasi die Schwerkraft umso stärker nach unten und dann kann man nicht mehr lenken, dann geht nichts mehr. Und das da Perfektivision, ey, ganz echt krass und ich stelle mir echt vor, dass wir solche Loopings noch zwei hintereinander oder so bekommen oder das dann irgendwo mitten in der Stage, also wir haben ja noch, wir haben ja noch hier noch ein paar Stages und wenn das da irgendwo nochmal dazwischen kommt, ey, dann, ich meine, hier sieht man es sogar im Vorschaubild, hier liegt der Fokus da drauf, das ist das Ding. Ich meine, hier Stage 164 sehe ich auch schon wieder, wir fahren hier durch diese Tunnel, das wird auch nicht leicht, von den Rundkursrennen will ich gar nicht sprechen, aber, ähm, gut, das könnte echt noch interessant werden, aber wir haben immerhin jetzt drei Stages geschafft, ähm, ja, nächste Woche geht es dann weiter in der Black Series, ähm, ja, mal gucken, wie weit wir kommen, also wie gesagt, momentan bin ich echt so, bin froh, wenn wir es überhaupt schaffen in der Stage und, äh, hab da jetzt auch kein direktes Ziel, so wie in der Red Series hab ich ja gesagt, ja, so ein großer, also diese zehn Strecken pro Kategorie will ich in einer Woche halt mindestens schaffen, das hat auch geklappt, aber das hab ich jetzt hier gar nicht, ich, hier ist einfach so, gucken, wie weit ich einfach komm und ob ich's schaff und, naja, lasst euch einfach überraschen, ich bin jetzt auf jeden Fall raus, ich bedanke mich fürs Einschalten, ich bedanke mich auch für eure Unterstützung, ich bedanke mich auch für eure Tipps, die ihr immer habt und auf jeden Fall für jeden, der auch immer noch dabei ist und immer noch das mitverfolgt, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ein super cooles Wochenende, äh, habt viel Spaß an dem Wochenende, wer andere Let's Play Projekte oder Sachen noch vielleicht sehen will, die gibt's dann auf jeden Fall über das Wochenende auch selbstverständlich wieder, Trackmania macht natürlich wieder über das Wochenende eine Pause und dann geht's, ähm, ja, am Montag wieder weiter hier in der Solo-Kampagne und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid, ich bin raus, vielen Dank fürs Einschalten, das war's von mir, ciao, ciao, euer Rey!